Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video-Familie, ich bin schon, dass du heute wieder mit dabei bist. Meine Ferien sind da schon in einer Woche wieder zu Ende. Ich komme aus Berlin und mittlerweile haben wir einfach schon die letzte Woche Ferien. Ich kann es gar nicht glauben. Tatsächlich freue ich mich aber auch schon wieder ein bisschen auf die Schule, da durch sechs Wochen Ferien teilweise auch langweilig sein können. Und deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen motiviert für die Schule und dachte mir, dass ich heute mal einige Tipps sein werde für ein organisiertes Schuljahr. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren für weitere Back-to-School-Videos und es war viel Spaß bei dem heutigen Video. Let's go! Die erste Sache, die ich allen raten würde, ist ein festes System bei zum Beispiel Klausuren oder Tests zu haben. Ich sage jetzt immer die ganze Zeit nur Tests, aber ich meine dann alle möglichen Prüfungen mit. Und so haben wir zum Beispiel einen Test schreiben müssen, ist es total hilfreich, eine feste Routine zu haben, einen festen Ablauf zu haben, wann man sozusagen oder generell was man eigentlich macht. Beispielsweise ist es bei uns an der Schule so, dass wir drei Aufgabenbereiche haben. Beispielsweise ist Aufgabenbereich 1 einfach nur Dinge auswendig zu lernen, diese Sachen dann wiederzugeben. Aufgabenbereich 2 ist, glaube ich, diese Dinge dann zu begründen. Und Aufgabenbereich 3 ist dann eigene Stellungen zu nehmen und eigene Informationen mit reinbringen, das alle zu verknüpfen. Und ich weiß jetzt schon, dass in meinen Klausuren alle diese drei Aufgabenbereiche rankommen, werden dann drei verschiedenen Aufgaben. Und bei uns ist es dann halt meistens so, dass wir wirklich drei Aufgaben haben, die jeweils diesen Aufgabenbereich abdecken. Das heißt, ich weiß sozusagen eigentlich schon fast immer, wie meine Klausuren aufgebaut sind. Und deswegen kann ich mir jetzt sozusagen schon eine Routine aussuchen oder überlegen, wie ich eigentlich rangehen möchte und wie ich diese ganzen Aufgaben bearbeiten möchte, was mir dann enorm viel Zeit, aber auch enorm viel Stress sparen kann. Beispielsweise habe ich hier meine Routine aufgeschrieben. Und zwar ist der erste Schritt, die Aufgabenstellung zu lesen und vielleicht Dinge zu markieren. Dann zweitens, das Material zu lesen, das zu verstehen, das zu markieren und vielleicht auch Wörter irgendwie zu klären, die ich nicht ganz verstehe. Dann die dritte Sache ist, Material in Bezug zur Aufgabenstellung zu setzen und sozusagen das schon mal so versuche zu verstehen und Verknüpfungen zu sehen. Der vierte Punkt ist dann, in Stichpunkten die Aufgaben strukturieren und vielleicht einen Schreibplan machen oder einen roten Faden haben. Dann die fünfte Aufgabe ist, die Aufgabe zu erledigen. Und die sechste Aufgabe oder der sechste Schritt ist dann, eine Kontrolle davon zu machen und ja, nochmal alles durchzugehen. Und das sozusagen ist dann mein Vorgehen in der Politikklausur, habe ich hier aufgeschrieben. Ich glaube, dieser Tipp ist sehr hilfreich für Leute, die schon in der Oberstufe sind und vielleicht nicht so in der Mitteltufe oder Unterstufe, sagen wir es überhaupt so, oder halt in unteren Klassen, wenn man da ja noch nicht diese festen Klausuren hat, weil dann natürlich die Tests und Arbeiten immer so ein bisschen anders aufgebaut sind. Aber ich glaube, wenn man schon so einen festen Lehrer, eine feste Lehrerin hat, weiß man schon, wie diese Personen, diese Aufgaben und die Tests und Arbeiten und alles strukturieren. Deswegen ich glaube, das ist total sinnvoll, eine feste Struktur zu haben und eine feste Routine zu haben. Der zweite Punkt für ein organisiertes Schuljahr ist auch ein festes System zu haben in Bezug auf deine Schulnotizen und auf deine Schulsachen. Beispielsweise organisierst du dich vielleicht digital auf deinem iPad, hast du alles drin oder du machst das Ganze in verschiedenen Ordnern, verschiedenen Heftern oder du hast einen großen Ordner, wie auch immer. Das Wichtige ist ja nur, dass du immer weißt, wo du etwas findest und dementsprechend nie Kram musst oder irgendwie alles suchen musst oder Dinge verlierst oder so. Das ist ja natürlich nicht ganz so vorteilhaft. Ich glaube auch, dass sich dann ein System über die ersten Wochen nochmal ein bisschen entwickelt wird und du nicht jetzt nochmal für jeden Tag direkt alles wissen musst. Weil ich glaube, zum Beispiel, ich vergesse bestimmt einige Sachen, die ich noch aufschreiben wollte oder die ich irgendwie einheften möchte oder so. Und das fällt mir erst in den ersten Tagen, Wochen auf. Ich denke mal, dass mir mein System auch noch ein bisschen ändern wird in den ersten Wochen. Aber ansonsten werde ich auch in Zukunft auf jeden Fall ein Video nochmal machen zu meinem Schulsystem, zu wie ich Notizen mache, wie ich mich organisiere und das alles wird in Zukunft online kommen. Wahrscheinlich erst in den ersten Schulwochen bei mir, weil ich wie gesagt nochmal das überdenken muss, die Sachen, die erstmal entwickeln werden. Aber dann kommt dazu auf jeden Fall noch ein Video online. Der dritte Punkt gehört eigentlich noch ein bisschen zum zweiten Punkt und zwar ist ja das Thema gewesen, ein festes Schulsystem zu haben. Und das finde ich gehört auch zu einem festen Schulsystem, zu einem guten organisierten System, auch ein guter Kalender dazu. Und da kann ich zum Beispiel die Kalender von Heft empfehlen. Ich persönlich habe jetzt diese zwei Kalender hier und finde sie total schön und auch einfach sehr praktisch. Aber Heft hat nicht nur diesen Timer hier, sondern auch ganz viele andere Kalender, Hausaufgaben, Hefte, Notizbücher, Blöcke und sowas alles. Es gibt auch verschiedene Cover-Möglichkeiten. Beispielsweise habe ich jetzt diesen hier auch zu, weil ich den einfach super schön finde in der Farbe und weil das Ganze so minimalistisch gehalten ist. Und die Seiten sehen hier so aus, also sozusagen hat man für jeden Tag genug Platz. Und hinten gibt es natürlich auch noch ganz viele andere coole und praktische Sachen, die man da machen kann, wie zum Beispiel eine Karte hat man hier, Geburtstage, Sudoku und sowas alles. Was ich persönlich cool finde, ist, dass man hier vorne nochmal so ein paar Infos hat, zum Beispiel zur Mathe, zur Chemie. Und ich glaube, dass das nochmal ziemlich hilfreich sein kann im Unterricht, wenn man mal kurz eine Sache nachschlagen muss. Übrigens ist das Ganze auch ein klimaneutrales Produkt und ich werde es euch, wie gesagt, habe ich noch nicht gesagt, glaube ich, aber ich werde es euch auf jeden Fall in der Infobox verlinken. Ihr könnt ja mal vorbeischauen und dann vielleicht auch so einen coolen Heftplaner kaufen. Das hier muss der Kalender mit Niniflash in Kooperation. Hier hat man immer noch so einen Lerntipp von Nina und noch so kleine süße Sachen, die man am Anfang des Monats immer ausfüllen kann. Ich finde es noch sehr gut, dass es hier auch so monatliche Übersichtsseite am Anfang gibt und man da sozusagen für den Monat schon mal seine Tools aufschreiben kann, Prüfungen, Referate und Notizen machen kann. Und hier schon mal an der Seite zum Beispiel auch seinen ganzen Monat planen kann, was ich immer super hilfreich finde zur Reflexion, zur Planung, um dann das Ganze total gut organisiert zu halten. Ihr wisst ja, dass ich mich eigentlich eher digital organisiere und nicht unbedingt so auf Papier oder mit einem Kalender oder so. Aber ich glaube, dass ich wirklich die Heftkalender nutzen werde, weil ich sie total schön finde, total praktisch finde. Und ich glaube, dass ihr nicht so viel Platz wegnehmen, beispielsweise im Mucksack. Deswegen werde ich sie auf jeden Fall auch im nächsten Schuljahr nutzen und freue mich sehr darüber, über diese zwei Kalender. Übrigens habe ich auch hier gerade schon die Notizen für dieses Video reingeschrieben. Also es ist auf jeden Fall schon in Benutzung. Und der nächste Punkt, der hier draufsteht, ist, finde deine Lernmethoden. Das ist nämlich der nächste Punkt, um organisiertes Schulsystem, um Schuljahr zu sein, ein organisiertes System zu haben, ist, deine Lernmethoden zu kennen. Ich habe mir gerade schon gesagt, es ist sinnvoll, dass deine Klausurroutine zu kennen, sozusagen, um zu wissen, wie du anfängst zu arbeiten. Aber gehen wir nochmal ganz einen Schritt zurück und gucken sozusagen erstmal auf das Lernen. Und da ist es natürlich super, super hilfreich, schon deine Lernmethoden zu kennen. Also wie lernst du am besten? Was hilft dir am besten, Dinge wirklich zu merken, zu verstehen? Beispielsweise ist es bei mir persönlich so, dass ich mir am besten Dinge merke, wenn ich es anderen Leuten erkläre. Ich kann zum Beispiel mir die Texte tausendmal durchlesen und verstehe sie dann einfach trotzdem noch nicht. Ich muss sie eher wirklich aktiv behandeln, beispielsweise dann irgendwas rausschreiben, mir dazu Fragen aufschreiben, sie an den Leuten erklären und sowas alles. Und das habe ich halt nur für mich herausgefunden, indem ich ganz viele verschiedene Dinge ausprobiert habe, sozusagen probiert habe, Dinge zu markieren, Dinge rauszuschreiben, Dinge nur durchzulesen, Dinge abgefragt zu werden. Und ich habe wirklich für mich gemerkt, was jetzt am besten passt, wie ich mir am besten Dinge merken kann, wie ich am besten schwierige Konzepte verstehe und was mir im Gespräch am besten bei der Prüfung dann helfen kann und hilft. Ich habe auch vor, in der nächsten Zeit ein Video zu dem Thema Lernmethoden und Lernroutinen zu machen. Und dann würde ich euch mal bitten, eure Lernmethoden in die Kommentare zu schreiben. Vielleicht habt ihr noch Methoden, die ich persönlich noch gar nicht kenne. Und dann werden wir auch noch eine größere Variation von Lernmethoden sammeln, die ich euch dann in der Nahezug auf jeden Fall erklären und erzählen kann. Der nächste Thema, um ein organisiertes Studium zu haben, ist am Abend auch mal alle Dinge von der Schule durchzugehen. Beispielsweise, wenn du an einem Tag irgendwie sechs Fächer hast, kannst du am Abend auch mal einfach alle diese Fächer durchgehen und gucken, was musst du jetzt vielleicht nachholen als Hausprogramm, ob musst du noch was lernen. Welche Blätter musst du vielleicht zurückbringen, unterschreiben lassen, nochmal einscannen oder irgendwie sowas alles. Es ist halt total einfach, unorganisiert zu werden in der Schule. Und ich sage euch, dass wirklich diese zehn Minuten am Abend euer Leben verändern werden. Wenn ihr wirklich mal zehn Minuten, fünf Minuten vielleicht nehmt, um euch ganz kurz mal die Sachen anzugucken, nochmal alles am Abend durchzugehen. Wenn euch das zu anstrengend ist, könnt ihr einfach nur die Sachen am Kopf durchgehen und kurz überlegen, was haben wir heute gemacht, was muss ich vielleicht für die nächsten Stunde vorbereiten, was kann ich jetzt noch nacharbeiten. Und selbst das wird euch schon helfen. Meine lieblingsmethode im Leben ist eigentlich immer, kleine Schritte zu gehen, immer diese kleinen Schritte immer konstant und immer regelmäßig zu gehen. Beispielsweise suche ich ja auch jeden Morgen ab mein Zimmer auf. Und genauso mache ich auch in der Schule und gehe halt einfach am Abend nochmal alle Dinge durch und habe deswegen nie diesen Druck. Und muss deswegen halt nie irgendwie nochmal eine Stunde lang alles durchgehen. Das waren jetzt einige Tipps von mir für ein organisiertes Schuljahr. Vergiss nicht, bei meiner ganzen Back-to-School-Planes vorbeizugucken, die ich dir in der Infobox verlinke. Natürlich kannst du auch meinen Kanal sehr gerne abonnieren für weitere Back-to-School-Videos. Und vergesst auch nicht, bei Heften hochbeizugucken für diese schönen Planer. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Ich wünsche dir doch einen wunderschönen Tag und dann hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! Tschüss!